Willkommen zurück zu PUBG. Ich spiele noch eine Runde Squad. Squad macht mir mehr Spaß wie Einzelspielermodus. Letzte Runde zweimal iSkala erwischt worden. Immer von hinten. Ich muss mich häufiger umdrehen. Ist ein 24. von 31 geworden mit dem Team. Ist okay, es ist okay. Muss aber besser werden. Ja, Zombie-Modus leider immer noch nix. Probieren wir dann morgen, weil ich habe es jetzt zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Ich glaube, ich habe es zehnmal probiert. Die Leute haben immer Passwort drin oder es ist gerammelte voll, weil ich habe nicht die Erweiterung. Ich muss mich auch anderen Leuten anschließen und es ist sehr hart, da reinzukommen. Wir werden es aber auf jeden Fall irgendwann schaffen, wenn wir halt in Folge 20 erst machen. Wir haben genügend Action in den Folgen immer. Und solange wir Action haben, ist ja alles gut. Ich finde es so geil, wenn man die Leute verprügeln kann. Nein, wir haben nur ein Dreierteam. Uns fehlt einer. Tim? Hier. Hallo. Und es sind nur drei Leute diesmal. Wir müssen gut performen. Ich verstehe nix. Wo wollen die hin? Okay, da unten. Also, jetzt. Wie weit ist es noch? Oh, die sind viel schneller als ich. Verstehe ich gar nicht. Ich hoffe, dass wir ziemlich alleine sind. Ich drehe mich mal um. Ich sehe im Moment nur Fallschimmer von uns. Das ist gut. Ganz da hinten war natürlich welche. Man kann es ja nicht... Ja. Das heißt, da hinten ist er auch ziemlich nah. Ich hole meine Waffe und dann gehe ich da rüber. Ja, Mann. Da ist das Haus. Ich habe schon was. Verreiter das Magazin. Hätte ich gerne. sehr gut, sehr gut. Ich habe ein blaues Hemd an, toll. Da unten läuft der Philipp. Das blaue Hemd ist natürlich so schnell zu sehen. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Kommt ein Auto. Kommt ein Auto. Kommt ein Auto. Kommt ein Auto. Kommt ein Auto wieder? Kommt ein Auto wieder. Wohin geschossen? Ich fahr mit. Wir fahren, wir fahren. Wollen Sie mit? Wir haben eine Taxi. So, alle sind drinnen. Juhu! Und ich muss nicht fahren. Das ist das Beste von allen. Ich muss nicht fahren. Jetzt müsste er so rausfallen und sterben. Wie fährt ihr denn? Was ist denn los? Querwelt ein noch. Kalktot oder was? Einen Platz hätten wir sogar noch. Ja, das ist blöd, dass wir drei in dem Sinne sind. Aber alles gut, wenn die zwei gut performen. Ich werde weniger gut performen. Alter, also wenn ihr so schießt, wie ihr fährt, werden wir sterben. Alter! Querwelt ein, oder was? Ich glaube, so nenne ich die voll. Quer fällt ein. Es leckt nicht, wir stehen. Ich weiß zwar nicht wieso, aber wir stehen. Ich glaube, wir verstecken uns. Alter! Da war ein dicker, fetter Stein. Bin so fest dagegen. Philipp Nixler wird ja wohl ein Deutscher sein. Die Deutschen sind so scheiße. Die können nix. Alter! Alter! Ich will auch raus. Hallo! Eine Tür. Ja, Waffen! Kommst du? Weil die habe ich schon. Oh, es leckt. Sonnachsfahrer, was ist hier los? Jetzt kommt da nicht mal raus. Diesmal sitze ich hinten auch nicht schlecht. Ja, ein bisschen Muni abgezogen. 65 sind es noch. Es sind natürlich noch einige. Ah, jetzt weiß ich, wo er hin will. Da ist ein Delbepunkt. Hey, ich komme nicht drüber. Ja, ich weiß halt noch nicht, welche Waffen besser sind. Muss man mal gucken. Das weiße Hemd sieht man auch zu sehr. Ich weiß immer nicht, wie man sich bückt. Ach, mit X. Okay. Hä, wie komme ich wieder hoch? C. Nur nicht, dass wir jetzt hier irgendwie den Toadram... Ich gehe hier hin. Ein Verband. Den nehme ich mal mit, falls hier irgendwas sein sollte. Eine Bratpfanne. Nimm ihn mit. Nimm die Bratpfanne mit. Oh, ein Kanister. Noch ein Verband. Ich bin nützlich, Leute. Ich habe Verband und Kanister. Gepolsterte Jacke. Ja, die ist schon mal besser als das Blaue. So, wo gehen wir hin? Da oben ist auch ein geiler Geländewagen. Boah, was für ein Leck. So, neues Auto. Hat noch nicht so viel Benzin, das ist gewesen. So, Zone kommt. Ich bin gespannt, wie die nächste Zone jetzt sein wird. Weil wir haben ein Auto, wir können ja überall jetzt hinfahren. Wir haben ja jetzt ein Auto. Oh, ich brauche noch Text für, äh, das ist ein Ich sage immer P.O.B.G. Andere sagen P.O.B.G. Andere sagen P.O.B.G. Andere sagen P.O.B.G. Undere sagen P.O.B.G. Da vorne ist der Punkt, wo er hin will. Frage ist, ob das natürlich in der nächsten Zone drin ist. Die Antwort ist, das wissen wir nicht. Die sind auf jeden Fall da, wo sie hin wollen. Weil die oben gut zeneibern kann, wahrscheinlich. Und auch gut runterfallen. Alter, wie hoch ist denn das hier? Gasmaske. Rucksackstufe 1. Wie viele liegen denn da auch mal noch rum? Kann ich noch höher? Ich will mal nach ganz oben. Und wir sind weiterhin in der Zone. Das ist cool. Alter, ich will doch nicht so weit hoch. Boah. Los, nicht zu weit runter springen. Gehen wir hoch oder runter? Sag es mir. Hier kann man halt gut snipern. Hier kann man halt gut snipern. Sind die jetzt alle da oben? Ja, irgendwo da oben. Wissen die schon, wie die Zonen vorher sind? Was ist das hier sowas wie eine Zone? Ich glaube nicht. Boah. Okay, das möchte ich nicht versuchen, ehrlich gesagt. Oder, oder, oder. Challenge time. Alter. Warum habe ich es nur gemacht? Warum habe ich es nur gemacht? Boah. macht ja nichts. Okay, er rennt wieder hoch. Ja, ich kann mich nicht weiter hoch rein. Dann brauche ich jetzt anderes. Alter, wie das geleckt hat. Und jetzt stellen wir uns nicht mal vor, ich bin da oben und lecke hier so runter. Und bam. Oh-oh. Noch 38 am Leben. Wir versuchen jetzt, den Typ zu jagen. Okay. Hier war ja irgendwo ein Motorradfahrer und ein Auto vielleicht noch. Hier ist nichts. Außer Legs. Sind wir jetzt alle hier oben? Oh, ich finde das so schlimm, dass man bei der Kamera mal mitdrehen muss. Ich habe mich schon gern weiter hochgeheilt. Nein! Alter! Das war jetzt nicht so geplant. Wir heilen hoch, soweit es geht. Null getötet, 37 am Leben. Ich hätte lieber 37 getötet, Null am Leben. Alter, wie das gerade jetzt leckt. Also es ist doch jetzt... Ich verstehe es nicht. Er ist über mir, er schießt. Da drüben ist auch noch jemand. Gleich werde ich erstmal Rindern gehen. Vielleicht werde ich auch zwei Folgen zusammen machen, wenn die zu kurz sind. Folge 1 und 2, die 1 und 2 waren. Weil die eine war, glaube ich, nur 10 Minuten. Muss ich mal gucken. Energie. Damit kann ich mich hochheilen, oder? Geil. Neben uns gehen jetzt natürlich die Bomben hoch. Das freut mich. Alles gut, das sind die Bomben, wir dann hier. Sind nur die Bomben. Zone kommt in 1,20. Wir sind weiterhin drinnen. Das ist gut. Das ist geil. Aber dann müssen die anderen zu uns kommen. Was war ich hier drinnen? Was war ich hier drinnen? Ich liebe es zu rennen. Man merkt es kaum. Ne, so nicht. Das wäre Selbstverstümmelung. Hier müssten doch auch andere sein. Es sind noch 31 Leute am Leben. Ich glaube, direkt wenn einer vor mir steht, wird es lecken. Oh, oh. Ah, es war er von uns. Ich dachte schon, jetzt kommt so ein anderer und schießt auf mich. So, erlägt dahin. Oha. Shit. Ja, ohne Munition kann man schlecht schießen, ne? Nein! Ich muss in Deckung gehen. Wo ist der andere? Ich höre, welche rennen. Aber wo ist Philipp? Philipp ist vor mir. Ich glaube, Philipp ist gerannt. Alter. 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 Alter, ich stehe direkt hinter ihm und habe nicht getroffen, weil es geleckt hat. Alter Schwede. Ich stand direkt hinter ihm und habe fünfmal vorbeigeschossen. Und ich stand direkt hinter ihm. Und ich habe sogar durch ihn durchgeschossen, weil ihr habt es gesehen, wie es geleckt hat. Also, es war scheiße geschossen, aber es hat so mega jetzt geleckt. Ich habe durch ihn durchgeschossen. 25 Leute waren noch da. Unglaublich. Ne, das ist jetzt mega ärgerlich. Ich wollte doch nur den Kill. MAAAN! Ich hätte auch die falsche Wahl. Ich hätte einfach so gerade an sollen. Oder unten laufen. Ich meine Scheiße. Oh, das ärgert mich jetzt. Vor allem, ich stehe direkt hinter ihm. Direkt hinter ihm. Boah! Ich kriege da Aggressionen jetzt, ohne Witz. Kann sich auch hinten nehmen. Wie cool. Vielleicht schafft er es ja noch, dass wir noch ein bisschen weiterkommen. Vielleicht noch am Ende 20 im Leben sind. Ich meine, es war eine gute Runde, aber den Killer hätte jetzt kommen müssen. Der Killer hätte sein müssen. Zone, Zone, komm, Zone, Zone. Boah, er kriegt Zonschaden. Nein! Zone ist schon vorbei. Shit. Shit, shit, shit. Aber trotzdem, Philipp hat das gut gemacht. Also es war, es war ein gutes, gutes Team. Aber wir haben uns ein bisschen blöd angestellt und ich hätte den Killer holen müssen. Vielleicht kann ich ja noch mal hoch, ab, nein, nein, das sind zwei. Schade! Platz 10 von 31. Sieht schon besser aus. Wir spielen auf jeden Fall noch mal eine Runde im Team und dann, aber ich will jetzt am nächsten Zombies spielen. Irgendwann muss es ja funktionieren. Ich danke euch für's Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wahrscheinlich wieder und erfolge ich jetzt PUBG eigentlich jeden Tag bringen, wenn's geht. Bis dann, haut rein, euer Dark und der da das gern, wenn euch die Folge gefallen hat, dann kommt her oder ein Like. Abos sind auch immer mitgekommen. Vielen Dank, bis dann, ciao! Auf Wiedersehen. Vielen Dank.